ja und damit begrüß ich euch zurück nach diesem Cut ich musste kurz was erledigen wie jetzt gemacht und um ich weiß schon gar nicht mehr was ich das letzte mal gemacht habe aber ich habe das erweitert genau so was was ist denn gefragt wie viel 14 sims okay von 184 18 dann erweitere ich die Straße hier mal so wir erschließen jetzt hier ein neues Wohngebiet sage ich jetzt einfach und dann sage ich dass das ist das ist dieses hier mit hoher Dichte ist und ich jetzt hier park reinpackt etwa Lager uns geht es mit sagt bloß gibt es schon boden die Welt mir gar nicht ich habe hier gesehen und sieben Bäume gibt das sind wir mal ein paar jetzt muss ich es dafür braucht man da gibt es schon die Bäume genug hier noch nicht wir werden keine gezielt ja gut aber hier bei mir an die Straßenrande eine Gründung ab mit Straßenrande so in etwa ja ja und da sind dann die Schuhe ach nee die steigert immer steigert sicher glaube ich immer was gibt es in ihr Bildung was denn Handy die die Massen voll es ist zu teuer aber gibt es denn sowas so ach die können auch hinlaufen oder ach ne komm so aber Handy weglegen kurz etwas zu den Kinder nicht durch die Stadt die Schaft sind auch kurz alleine ohne den Bürgermeister auch n 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 hier ist noch auf 9 n wischen macht es n n 1000 mache ich schon zu sehen z die die dann würde ich sagen spart ich noch ganz kurz das Klassenzimmer und den Dornen könnten die hier nun könnten die Hit jetzt lassen zum erweitern und zwar was sind das obere Etage und ich packe mich hier wo es keinen stört für wie viel erweitert es das denn für 20 das reicht gerade so so es müssen wir ein bisschen plus machen es regnet schädigt das ein was jetzt passt auf es gab ein es ist nicht ein Strand ich habe immer gedacht es gibt einen Strand großes Feld mit Parkplatz mittleres Feld mit Parkplatz kleines Feld mit Parkplatz was warum mit Parkplatz ja kleines Feld ha 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 ich glaube Industrie ist nachgefragt nie die Werbe gewerbe ist nachgefragt okay wie viel würde es den kosten da eine Brücke rüberzubauen was in Straße anheben zu großem Reisungswinkel muss ich nicht verarschen wie viel kostet es denn von hier zu große Meldungswinkel wort oder geht es bloß mit der Straße hier ne geht auch nicht ha fu 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 nee mutterfuck ah ich muss weiter hinten anfangen zu wenig sie nun sind das ist mir klar könnte ich eigentlich auch einen Tunnel bauen ah ne wie fließt dann ins Wasser rein okay gut mit wie viel Simulians bräuchten denn da ah jetzt geht es mir kostet es denn fünf da oha geht es mal mit der äh ja geht die 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 das solltet ja dann bekommen wird es auch also da oben dringend kippen der wind schlägt ein wenig um sich gerade der schlägt so weil am anfang ist es so also von da nach da jetzt geht er von da nach da damit die der industrie ja das passt das sind die leute was will man denn mehr zu sehen wie hier geschäfte entstehen freis unternehmen im bau freis unternehmen alles freis unternehmen okay naja ihr habt ihr arbeite genug hoffe ich mal nachher die verletzt alle darum ja passt das geschäft läuft gut wir stellen einen verschlossener fehlt noch was das geschäft läuft gut halte nicht dein verkehr ein bisschen stauben morgens kein problem alter die straße ist ja überhaupt nicht überlastet oha diese dritte robo o neun märkte es kommt ja nicht da rein user disconnected von der channel von der schule gegangen okay brückes sang hat die jenen namen oder was es kostet mich echt weniger eine halbe des musieren m kostet mich glaubt doch nicht weniger aber ich weiß nicht soll ich jetzt hier soll ich jetzt hier erweitern oder ohne spaß jetzt ouch haben wir schon zwei tote pro tag ich weiß es wird sie ich jetzt da zu wenig simuliers 2 oh oha m gut mal ich glaube ich bin zum ersten Mal ich glaube ich bin zum ersten Mal ich glaube ich bin zum ersten Mal in meinem Leben ein Kredit an damit das hier bauen kann jaja geschlossen blabla 10.000 habe ich sogar noch jetzt könnte nichts mehr sagen die Schule ja was ist denn Bürgermeister die Klassenzimmer in Badingen sind alle randvoll wir brauchen mehr Klassenzimmer und Lehrer okay das mache ich natürlich ich will wissen dass die voll sind die Schulbusse fahren doch jetzt ist los alt ist hier ein verkehr ja nicht schlecht dass der verkehr ok hochschild hier steht alles okay ich glaube ich glaube die Brücke ist doch nicht so das war wir beobachten jetzt hier einfach mal den Verkehrsfluss so was das übrigens ganz langsam macht ok das ist zu schnell so ist noch in Ordnung was ist mit dem dank nicht mir dank dem fließband Strom haben wir alles haben alles was sind jetzt was nicht genug Hersteller von Frachten äh 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 ach so wir machen ordentlich Gewinn und sind alle zufrieden so hier das ist echt mal was geht denn bei euch ich so ich möchte hier gerne eine Parallelstraße ziehen so und vielleicht noch eine äh und da packe ich jetzt ein Weng Industrie hin so Wohnhäuser sind schon wieder gefragt oh mein so schnell kann ich gar nicht gucken Hilfslinie hallo Miau wo Wurzeln muss ich melden jetzt möchte ich das Pima schnauze und zwar so nicht das war auch nicht vielleicht hier vielleicht hier ah hier äh ne 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 so ja perfekt schaufe mich und schaufe mich